Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dota 2, hier bei BrilliBee. Das Spiel wurde gefunden, wir starten und ich sage heute wir, weil es ist ein guter alter Bekannter hier an meiner Seite, der mich nämlich gerade besucht hat. Hier ist der gute BS Royale. Hi. Ja, er ist jetzt mal live dabei hier und das trifft sich ganz gut, denn das Öhrchen, hat er gesagt, ich solle denn mal ein Spiel machen, wo ich nicht schneide, sondern vielleicht ein bisschen mehr erkläre. Weil ihn das immer so ein bisschen rausbringt aus dem Spiel. Das kann ich gut verstehen, jemand der Dota nicht kennt und wenn dann auch noch geschnitten, ähm, nicht schneiden, hier, vorspulen, ne, vorspulen. Wenn dann auch noch vorgespult wird, dann versteht man natürlich nur noch Bahnhof und deswegen werde ich wahrscheinlich in dieser Folge nicht spulen, sondern mal so ein bisschen mehr erklären, worum es denn geht, was Sache ist und das würde sich auch anbieten, dass, ähm, weil der gute BS Royale das Spiel auch nicht kennt. Ja, ich verstehe auch nichts, auch wenn du nicht vorspulst, also. Also, wir werden mal sehen, wir spielen ganz normal hier wieder, all pick, ähm, ihr habt ja meine Punkte, habt ihr die gerade gesehen? Ne, wahrscheinlich nicht. 2.900, äh, Quatsch, 2.675 glaube ich es sind, oder 575? Nicht sicher, auf jeden Fall noch ein weiter Weg bis zu den Angestrebten. Weiß ich nicht. 3.000! 3.000, okay. Eieiei, so, äh, ich versuche jetzt endlich mal, einen Carry oder einen Wald Hero zu kriegen, also einen Jungler, denn, äh, in der letzten Folge hatten wir ja den Ex und davor hatte ich den Leon und jetzt reicht mir aber hier. Und da kannst du jetzt deine Leute aussuchen, oder wie? Genau, das hier ist unser Team, das Radiant Team, oh, jetzt ist einer gelieft, müssen wir gerade abwarten, ob der wiederkommt, und das Gegner Team, und jetzt geht es halt darum, jetzt hat, äh, das gegnerrische Team noch 22 Sekunden Zeit, einen Gegner, einen Hero zu picken, danach sind wir dran. Und so kann man sich immer so aufeinander abstimmen. Ach, jeder immer einer, abwechselnd. Also, ich habe den Jungle hier schon markiert, dass ich gerne in den Jungel, in den Jungel gehen würde, welchen ich nehme, das werden wir gar nicht mal sehen. Hier siehst du auch schon, dass die Helden eingeteilt sind in die drei Grundattribute, Stärke, Agilität und Intelligenz. Ah, der ist wieder da, sehr gut. So, die haben jetzt eine Mirana, die wahrscheinlich roamed oder supported. Als Carry wird die eigentlich nicht mehr oft gespielt. Werden wir mal abwarten. Mirana kann zum Beispiel einen Pfeil schießen, und der fliegt dann über die Map, und je länger der fliegt, und dann einen trifft, dann stunt der und macht natürlich Schaden, und je länger der in der Luft ist und fliegt, desto länger stunt er und mehr Schaden macht er. Jetzt haben wir hier einen Ezalor, der wird supporten. Ah, ist nicht so mein Lieblings-Support-Hero, aber gut. Er wird schon wissen, was er macht, hoffe ich, hoffe ich. So, die haben jetzt einen Nekro-Sniper. Ja, das ist schon, das könnte, da könnte ich versuchen. Du solltest mal einen anderen picken. Ich pickte aber doch jetzt. Bone, oh Gott. Die sind halt relativ schwach auf der Brust, die haben alle relativ wenig HP. Da könnte ich versuchen, den Nature's Prophet, also den Furion, in den Wald zu schicken und mir schnell einen Dagon zu farmen, weil der Nature's Prophet, der hat den zweiten Skill, damit kann er porten, wohin er will auf der Map. Dann kann ich mich da schnell hin porten und Dagon ist ein Item, was ganz schnell ganz viel Damage raushaut. Mit einem, so einem Blitz halt. Mach nochmal den Blitz, bitte. Bzzz. Ah. Und da könnte man dann hin porten, bzzzten und... Sehr schön. Könnte man machen. Ihr turn to pick, Bro. Ähm. Er ist halt nur auch, wenn man das macht, dann muss das auch klappen, sonst ist es zu useless eigentlich. So, wir haben jetzt einen Butcher. Wohin will der? Weil die hat die Mitte angezeigt. Ihr turn to pick! Jetzt gibt's wahrscheinlich gleich das erste Geflame. Jetzt haben sie auch noch einen Bounty Hunter. Und da ist einer bei dir geliebt, oder? Ich glaube, dass ich den Carry nehmen werde. Doch. Also ich gehe doch nicht in den Jungle, weil der eine, der weiß nicht, was der jetzt nimmt. Ich denke, dass ich... Ich denke, dass ich in diesem Falle mal den Void nehmen werde. Der Void ist ein Hard Carry. Ähm. Und mit dem werde ich jetzt versuchen zu farmen. Und da schauen wir mal. Also der Void hat vier Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist, er kann über eine Distanz springen. So zu einem hin. Und wenn er landet, in einem Umkreis von, weiß ich nicht, ein paar Range-Einheiten, ähm, slowt er dann auch die Leute. Okay. Also die sind dann langsamer, wenn er auf die springt, quasi. Zweite Fähigkeit ist, ähm, blocken. Das heißt, er hat, glaube ich, eine 25-prozentige Chance, Spells und Angriffe zu blocken. Kriegt er einfach kein Damage. Ja. Und die dritte ist 25% Stunt-Chance, wenn er also normal hittet. Hat er 25%, dass er mehr Damage macht mit einem Schlag und den auch noch Stunt. Okay. Und hier ist ein Ultimate. Jeder Hero hat ein Ultimate. So eine spezielle Fähigkeit. Ja. Ähm. Ist eine riesige Kuppel, in der alles stehen bleibt. Freunde wie Feinde. Und er kann aber da drin rumlaufen und schlagen. Ja. Und deswegen gilt es halt, dem viel Damage zu machen. Und auch, ähm, dass er schnell schlagen kann, Items zu bauen. So am Anfang baue ich dem, oder kaufe ich dem eine Quelling Blade. Also hier so eine komische Axt. Die, äh, verursacht, die verursacht, dass, ähm, ich mehr Damage an Creeps mache. Ja. Hier steht's, ähm, Schadensbonus im Nahkampf 140%. So, das bedeutet, dass ich einfach, ähm, mehr Damage an Creeps mache. Und am Anfang muss ich nicht viel machen, außer eben versucht, Creeps zu farmen. Weil mit jedem Creepkill kriegst du Geld. So, als zweites baue ich ihm ein Staud-Shield. Das, ähm, ja, macht einfach, äh, ne? Schadensreduktion, genau. Und dann habe ich ihm noch so ein Tepir-Tangos gekauft. Ähm, mit dem kann ich ihn heilen. Ja. Die kann man viermal einsetzen und die heilen dann, ähm, hier steht's. Wenn man einen Baum isst, damit, 115 Lebenspunkte. Und wenn man eine Ward isst, 230 Lebenspunkte. Äh, anwendungsreich war. Ja, gut, dafür musste man die Ward aber sehen. Die Ward ist normalerweise, also, irgendwie. Guck, hier ist jetzt eine Ward von uns. Ja, kommt mir hier irgendwo. Ja, Junge, wenn du ihn da hinholst. Kannst du nochmal, kannst du nochmal, kannst du nochmal? Huck ihn. Ah, wie kann man da daneben hucken? Mann, ey, so langsam, ey. Das wäre fast das First Blood gewesen. Die verfolgen ihn auch immer noch. Warum weiß ich nicht? Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich dämlich, die ihn jetzt so weit zu verfolgen. Der, ja, kommt mir so Slug und Bam. Was für ein Idiot, ey, ganz ehrlich. Richtig guter Huck, oder was? Was, was hast du dazu? Ich hab keine Ahnung, hier. Hat daneben gehuckt. Hast du, du weißt, mit dem, mit diesem, mit der, mit dem Haken da, um ihn ranzuholen? Hat er daneben, das war schlecht. Hätte ich ja sogar noch besser mit meiner Battlefield-Erfahrung, ja. So, siehst du jetzt hier, dass ich hier die Creep-Kills hole, von der Wave habe ich jetzt jeden geholt, das ist nicht schlecht, das ist quasi besser, geht es nicht. Und das sind so kleine Einheiten, die zum Feind gehören, oder was? Ja, das sind unsere, die Grünen, und die anderen sind den Feind, und die kämpfen halt gegeneinander. Und die Kriegs-Erfahrung, wenn du immer Leute umbringst, dann Kriegs-Erfahrung, hier unten siehst du ja den Balken. Ja, und Kält wahrscheinlich. Das sind es 78 von 300, und damit steigst du dann halt langsam auf. Okay. Der lässt sich noch mal ein bisschen anhitten vom Tower. Ah, das sind richtige Pros hier, mit denen ich wieder spiele. Sehr schön. Wir sollten so eine Doppelbild-Technologie ein- So wie es ist, der Klink ist jetzt hier von unserem Team gelieft. Eine Ahnung. 4 gegen 5, oder? Es scheint auch keiner Pause zu machen. Das ist ja momentan das 4 gegen 5, genau. Das ist doch kacke, oder? Ja. Das ist unser Team ziemlich kacke, aber ich mache jetzt mal gerade Pause. Damit... Frage ich mal nach. Ah, jetzt ist er wieder da. Ja, also ich habe jetzt hier den Sniper als Gegner. Der versucht auch schon zu hinein. Das Sniper hat die Fähigkeit, ziemlich weit schießen zu können, wenn er den so skillt. Und... Auch sowas wie, er macht mehr Damage bei manchen Schüssen, da macht er quasi einen Headshot. Und als Ulti, da visiert er einen Hero an. Und... Macht richtig viel Damage. So, jetzt habe ich nicht alle gekriegt. Was denn das Endziel eigentlich? Das Endziel ist, die gegnerische Basis zu zerstören. Die siehst du ja oben rechts. Ja, okay. Auf der Minimap. Und... Ja, also wie gesagt, ich bin ja jetzt der Carry. Ich kann einen Bone... Wie ist denn jetzt der Bone gestorben, ey? Und der, ähm... Der Edzalor hat halt wirklich die Aufgabe, mich zu supporten. Also der, äh, versucht den Sniper ein bisschen abzufacken, dass er mich nicht hinten kann, und mich nicht daran hindert, ähm, Geld zu kriegen. Und... Die, die Killster 3 zu 0, hat das irgendeine Bedeutung? Ja klar. Die haben zweimal den... Ach, die haben schon zweimal den Butcher gekillt. Ja, aber zum Spielverlauf noch nicht. Ja, dadurch kriegst du halt Geld. Und du kennst die Erfahrung. So, da wollte er mich gerade holen. Möglicherweise schnell wegjumpt. Ah, und das sind so Händler. Okay, genau. Jetzt hole ich mir eine Mask. Äh, eine Morbid Mask. Die gibt mir Live Leech. Mit jedem Hit. Und die kann ich mich gleich ausbauen zum Mom. Zum Mask of Madness. Und die kann ich aktiv einsetzen. Ja, shit, ey. Ich brauch ein Held von denen, ne? Ja, ahne. Okay. So, und zwar, die Mom, die kann ich aktiv einsetzen. Und da, ähm, kriege ich zwar mehr Damage. Also, ne? Ich bin nicht mehr so gut geschützt. Aber ich bin... Ich schlage richtig schnell. Und das ist halt eigentlich der Sinn der, äh... Der Mom. Da kann ich quasi meine Ulti dann auf die machen. Übrigens, Ulti kriegt man immer mit Level 6. Okay. Und dann Level 12 oder... Elf. Level 6, 11 und 16. Und bei deinem Ulti wäre es gut, wenn ganz viele Helden von denen auf einem Fleck wären. Ja, das wäre perfekt. Okay, verstehe. Pass doch auf, ey! Hey, ooooh! Ja, gut drauf. Komm, der Sniper hier. So, jetzt habe ich einen Kill gemacht. Mach's 2? Ah, ich kann leider nicht mehr jumpen. Kann er nochmal hucken. Ja, jetzt hat er ihn mal getroffen. Ja, das war nicht schlecht. Zwischendurch, da kam der Pfeil von der Mirana, den ich eben angesprochen hatte. Nice. Okay, ich habe wenigstens schon mal einen Kill. Das ist nicht schlecht. Und ich kann mir die Mom jetzt leisten. Und die kaufe ich... Das Rezept dafür habe ich mir jetzt in der Base gekauft. Okay, die muss dahin... Das heißt jetzt... Jetzt entweder muss ich dahin zurück. Oder wir haben einen Kurier. Und den habe ich jetzt zu mir geholt. Da unten auf der Map siehst du den. Hier, kommt. Da. Ja. Und den kann man auch noch upgraden, dass er fliegen kann. Ist aber noch nicht. Jetzt steht es schon 3 zu 4. Also sieht nicht mehr ganz so düster aus wie am Anfang. Jetzt habe ich nicht mehr klickt. Also im Grunde muss man nur wissen, was das alles für Charaktere sind und was man da alles kaufen kann. Ja. Das ist so... Gegen welche... Welcher Held ist gegen welchen anderen Helden irgendwie effizient? Ja. Masken? Dann werde ich das Spiel nicht anfangen, weil ich habe keine Ahnung. Ja, das muss man halt lernen. Ja, so lange dauert das an nicht. Und der hier, mein Supporter, der... Boah. Schießt halt manchmal diese Waves. Was machen die? Ziemlich viel Damage. Eigentlich leider kein... Kein Stun. Jetzt habe ich gerade die Mom angemacht, weil ich dachte, wenn der... Ich habe ja die Chance, den zu stunnen mit einem Schlag. Und wenn er dann einmal gestunnt ist und ich immer weiter draufkloppe, dann kann es sein, dass ich Glück habe und den Kriege. Jetzt musst du dir noch ein paar Schuhe. Genau. Ich bin nicht schneller. Simply. Ich bin gleich Level 6 und dann werde ich Ultim machen und dann kriegen wir wahrscheinlich einen. Sehr gut, dann... Wenn sie nicht merken, dass... Vorsicht! Das war der Fall da von der... Von der alten. Steht da also auch irgendwo. Die müssten alle drei auf einen Flex sein und du brauchst dann die da rein. Ja, das macht doch nicht genug Damage und dann wirklich alles töten, aber... Den Schlag, wenn ich den jetzt in mein Ulti kriege, dann ist er tot. Ja, ich habe das auf Level 1. Da kann er nicht so weit jumpen. Also, das ist eine kurze Distanz. Sie haben jetzt gemerkt, dass sie Level 6 bis sie aufpassen sollten. Wieso sehen die das? Ich kann einfach meinen Helden anklicken, so wie ich die anklicken kann. Ich kann hier gucken, was er ist. Schlag ist Level 4 und Sniper ist Level 5. Da ist er. Ach fuck, da kam der Pfeil, ey. Schade, du hast sogar zwei gehabt. Ach man, ey, wie lange will ich denn bitte? Ah fuck. Der scheiß Pfeil. Der hält offensichtlich nicht an in der Krone. Das wäre nämlich geil gewesen. Das wusste ich aber so auch nicht. Dass der da durch will. Schade, da ist nur zwei in deinem Back. Ja. Da rennt der Schlag. Ziemlich wenig HP, aber ich komme da nicht an. Das ist also auch ein Geduldsspiel. Ja. Da bin ich ja besonders gut drin in Geduld. Mach doch mal ne Wave da rein jetzt. Mach doch ne Wave. Ach. Ja der Sniper macht natürlich jetzt ziemlichen Damage. Ich muss da aufpassen. Er hat wahrscheinlich gleich Ulti. und das ultimat natürlich ordentlich autos rein das heißt ich muss jetzt gerade sehen dass ich da kann schon wieder ein fall also die ist schön am rom die alte dieser auch als level 2 dafür das ist halt der preis also die rome heißt die die geht auf die lanes und versucht welche mit den feiern zu treffen dafür ist sie aber nicht wirklich auf der lernung kriegt er keine erfahrung bis jetzt haben wir noch glück gehabt die hat mich jetzt eben als den fall getroffen hat nicht jetzt glaube ich mir noch gloves apace die verbinden sich später mit dem also es gibt so genannte power trade mit denen läufst du schneller und greif schneller an und die geben den attributen apropos zu den attributen ich bin ja ein agilitätsheld das heißt wenn ich mir items kaufe die mit agilität die agilität bringen dann kriege ich auch automatisch damage mehr man kriegt immer das was man hat was man für ein hero ist also als hauptattribut kriegt man als der mit dann noch dazu dass wenn ich mir jetzt gleich werde ich mir power trades kaufen geben durch plus 9 die kann man switchen die kann man auf alle switchen die ganze intelligenz machen die ganze stärke machen und agilität wenn ich die auf agilität mache krieg ich mehr damage denn die kannst du aber jetzt nicht mehr benutzen den kann man nur einmal wieder ready das ist schon wieder ready ok aber egal wir haben damage gemacht das reicht hätte jetzt versuchen sollen den sniper da auch noch rein zu bekommen jetzt hat er mich geheilt hier und da jetzt aber das ist schon als neuer zu fort auf der lane das nervt hat er hat mega range Das nervt aber schon. So, jetzt kann ich mir die Powertraps nicht kaufen. Was machen denn die anderen Helden eigentlich? So, die sind jetzt auf Stärke, siehst du das? Rotas Stärke, siehst du hier, plus 9. Jetzt habe ich mehr Leben dazu gekriegt. Stärke gibt Leben. Wenn ich die jetzt switche, auf Intelligenz sind sie jetzt geswitcht, habe ich immer noch 78 Damage plus 9 Intelligenz. Dadurch kriegst du mehr Mana. Wenn ich sie jetzt wieder switche, kriege ich mehr Damage. 87. Du kannst sie aber auch immer live switchen und dann, wenn du dieses Grad brauchst. Theoretisch, ja. Jetzt hat hier die zwei, die da rechts sind. Was machen die anderen? Einer ist in der Mitte, theoretisch. Die zwei sind oben in der Zeit. Und der hier hat jetzt kein Problem. Aber ich versuche drauf zu hauen. Okay, den habe ich getrackt. Aber ich bin auf jeden Fall hohe, hier sind die vier Leute. Okay, ich bin auf jeden Fall hohe, hier sind die vier Leute. Naja, okay. Also ich habe jetzt 2,1, 43 Creep Cales, also bei mir sieht es ganz gut aus, der Zeit. So, jetzt kaufe ich mir einen Port. Hier oben siehst du ja, wie lange ich tot bin. Und die versuchen sich, glaube ich, jetzt langsam den Inzalot da unten zu holen. Deswegen kommt der Port schnell da runter. Wohohohohohoho. Eigentlich müsste der Bone halt mal, der kann halt irgendwie gehen. Und der sollte halt mal langsam so ein bisschen ganken. Ganken heißt, ne, irgendwie gehen und ziehen uns potten und zack einfach mal Parolen. bei bord gehen würde werden die halt echt sie dauern beide das heißt richtig dumm wir haben keine wards wir sehen nix ich sehe dass wir uns nicht den boden nicht immer und die bringe jetzt kann man geholt sehr schön aber wenn der bohn natürlich drin ist dann kann man nicht angreifen jetzt wurde auch unser chicken getötet vor einer weile keine ahnung wer das war steht 9 zu 9 also relativ ausgeglichen so jetzt gucken wir mal gerade die stadt haben eine 5 zu 1 koop das ist nice also die haut am anfang auch ordentlich der mit raus die alte jetzt siehst du dass meine länge ziemlich weit vor gepusht ist ja da will der mitch aber der bau und sie war das wahrscheinlich ich habe jetzt damit schule das heißt mal doppelt so viel schaden das wäre jetzt natürlich geil wenn ich jetzt die ready hätte und ja aber habe ich nicht und auf der lane ist auch viel los war mir kurz die ab weil damit ich nicht vollkommen leer ausgehe schade da habe ich mir an der locker kriegen vielleicht schießt jetzt ein pfeil hier rein das hat der bounty von denen er kann auch irgendwie gehen und rennt die ganze zeit rum wenn der ulti auf einen macht dann ist er gerade quasi gemarkt und da kriegt man mehr geld wenn man den dann auch geht also das ist eine ziemliche farm maschine wenn er wenn er gespielt so ich werde jetzt als nächstes item messen bauen damit greife ich schneller an gibt mir mehr der mitsch und ich habe eine chance und blitz zu kreieren beim schlafen der wiederum der mit schmack dafür brauche ich hier den mit viel hammer der kost 1600 den habe ich schon mal die nächste moment dann lasse ich mir auch direkt bringen so man sich ist wieder ready das heißt jemanden mit relativ wenig hp den sniper zum beispiel dann würde ich sogar fast fließt wenn ich dann mit glück habe damit den bäsch und das ist so und wieder gesteuerte bots vieler kills im geld und erfahrung das sind youtube die sporen jede volle minute neu wenn man sie halt machen soll ich mal versuchen jetzt mal zu holen ich kann jump und und die machen die sie ist auch wie viel maler das immer kostet 90 und 150 braucht dann aber auch 25 zu aktivieren das sieht gut aus brauche ich nicht mehr mal nur die er hat sich nicht gerallt sehr nice so jetzt lasse ich mir nämlich noch hier das muss ich eingehen oder gar nicht so habe ich mein meldström schon ready und du hast gerade gesehen mein ulti ist jetzt auf level 2 kommt zurück mein ulti ist jetzt level 2 das heißt es geht jetzt eine sekunde länger eine halbe sekunde länger nur hat aber weniger cooldown also ich kann es öfter casten theoretisch ich habe es jetzt auch ready das heißt wenn ich jetzt hier angegriffen werden sollte ich kann nur leider nicht jumpen dass wenn man sich lebt der march da hat er das schicken da das das war richtig das hat das war richtig pech gerade da war das schicken hat irgendjemand benutzt und hat das nicht direkt auf mich gemacht so habe ich die ganze zeit weniger damage gemacht richtig feil in die uns gesicht aber wir haben drei getötet für mich ich meine ist scheiße dass ich gestorben das carry aber gut zu machen ich habe jetzt 42 und wir holen hier auf jeden fall den zweiten tower und hier prüft gerade das lag nur aber da oder was habe ich hier draufgeklickt da kriegt kann man kurzzeitig die tauschen gerade kann der mitbekommen also muss das sehen kriegen und immer den richtigen hinzulassen ich habe ich aber die katapulte geben relativ viel geld und du siehst dass hier manchmal dieser blitz dann auftaucht ne ja er macht dann alle geht dann sprich dann auf den berühmten gegner ja dieser alles klar von der steuerung her ist ich habe das ja noch nie gespielt deswegen fragt da geht es gerade ab so blöd so ein bisschen wie diablo oder ähm ja hast recht ich musste gerade überlegen ich habe so lange kein diablo mehr gespielt ich habe ja früher ganz viel also du wie gesagt maussteuerung ganz normal und man macht mit ww r sind die vier spells wer in meinem falle habe ich jetzt kein we weil das sind alles passive spells mit der chance dass ich ich brauche eigentlich jetzt in meinem falle nur q und r und halt noch die mom und die aktiviere ich indem ich alt drücke und dann in meinem fall das kannst du aber machen wie du wie du lustig bist du könntest auch sagen dass du es einfach mit a machst so als nächstes werde ich krit bauen das heißt ich habe dann noch eine chance was sterben die denn da wie die fliegen das heißt ich habe dann noch eine chance dass ein schlag von mir in kritischen treffer lande und das natürlich gerade wenn ich viel schlage und schnell schlagen natürlich sehr nice deswegen werde ich jetzt das christliche item bauen wenn das ready ist dann werde ich mir versuchen noch mal einen zu holen ich weiß dass es jetzt hier gerade abgeht aber ganz ehrlich verstehe nicht warum ist leider meine mom gerade nicht ready sterb ich so eine scheiße mann mann ich habe mein christelis ready das war jetzt hier schon ordentlich damage plus 54 christelis gibt plus 30 schaden kritische treffer chance 20 prozent und der schaden sind da 175 prozent von ich weiß nicht was die da jetzt gemacht habe ich habe nicht ganz drauf geachtet aber das war glaube ich nicht so clever also es lag von denen er hat keinen wirklichen farm wir brauchen auf jeden fall bald gem oder sentries weil der jahr hat einen shadow blade damit kann er irgendwie gehen der xlark hat bald eine shadow blade damit kann er irgendwie gehen der bounty hunter von denen kann sowieso invest gehen das heißt wir brauchen was um mit invest leute zu sehen oder wie bei stark auf eine raven oder raven oder raven ja so ist das jetzt bin ziemlich lange tot weil ich bin auch glaube ich ja fast mit der quap ziemlich hoch gelevelt der bounty hunter von denen ist auch relativ hoch so vor der ziel und versuche sobald mein ulti ready ist irgendjemanden zu holen die kann auch in die leute sehen das heißt wenn ich das drauf mache dann reichen so da ist er jetzt ist er irgendwie gegangen aber ich mache einfach mal die und kann nicht weg snacken sehr schön wiederführung hier 21 zu 20 sehr spannend wie beim handball hier ja das liegt aber auch wirklich zum grund größte daran dass mein team richtig schlecht ist ja alter er hat mich dagegen er hat dingens ja das ist natürlich nice er macht mich quasi ins im down er hat denken level 3 das macht 600 damage einfach ähm na 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 desolator der macht meine rüstung auch noch niedriger wenn er mich vorhatet ja und er macht halt selber macht er ordentlich dann macht er ordentlich damage also der wanted mich und das ist nicht gut ich glaube dass das ist dann quasi gg eigentlich weil der jeden von uns eigentlich wanted und wenn wir nicht aufpassen dann wird's übel und der bone er hat immer noch kein dings kein ähm tja ich glaube das sieht nicht gut aus ehrlich gesagt ff ff heißt also ich gebe quasi auf das ist um mein team ein bisschen abzufacken ja das ist halt auch scheiße ganz ehrlich ich verstehe nicht wie der bautian da jetzt so fett werden konnte der sniper ohne ulti kriege ich nicht deswegen lass ich das die brauchte ich jetzt nicht aber ich nehme die einmal damit es kein gegner nimmt zwar eine ruhe der regeneration ja ich weiß nicht wie wir das unbedingt umreißen können ich müsste halt alle in meinen ulti kriegen oder so dann könnte ich noch mal was auspacken aber der bounty ist halt echt übel wenn er jetzt kommt fehlt er mich halt einfach außer ich habe ultim gegen rechtzeitig in meinen ulti ich machen kann es meine boots umswitchen auf stärke dann habe ich ein bisschen mehr leben also mach ich auch mal ach komm ey da springt die da ganz knapp raus das gibt es ja nicht so viel pech kann man ja nicht haben wir werden beide frecken warum konzentrieren sie sich nicht auf einen da rennen und fall das ist so dumm man sah ihn doch millionen jahre kommen liebe leute liebe leute da jetzt hast du gerade mal das ulti vom sniper gesehen ja noch oh man oh man oh man ich bob macht nichts oder was hab ich kein bob Ei, ei, ei. Wenn ich jetzt Ulti hätte, würde ich die beiden kriegen oder so. Natürlich nicht gut. Leider nicht. Ich versuche nochmal den Sniper da oben irgendwie zu holen. Denn was anderes kann ich nicht machen. Und wenn er dumm ist, dann sollte das auch kein Thema sein. So, Sniper wieder abgesnackt. Ja, aber das ist, das ist, ich habe zu viele Tode, als dass ich ihn richtig out-carrying würde, die anderen. Ja, die haben halt echt einen guten Bounty Hunter. Der nervt halt wirklich richtig rum. Da werde ich mich jetzt auch zurückhalten. Äh, solange ich kein Ulti habe. Da oben ist er. Hat jetzt schon Dengen Level 4. Dengen ist ein Item, das kannst du mal upgraden. Fünfmal kannst du's upgraden. Es macht immer 100 Damage mehr mit jedem Upgrade. Und der da oben, was macht der da? Der wird jetzt einfach... Ah! Boah, der Glück, ey, ganz ehrlich. Warum hat er nichts gemacht, der Bounty? Er hat gerade irgendwie kein Spell rausgehauen. Weder Dengen, noch sonst irgendwas. Nice. Das war natürlich jetzt gut. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Kann sein. So, als nächstes werde ich... Ich weiß nicht, es ist immer die Frage, ob ich Crystalis kannst du zu Jaderlos abbauen. Dann kriegst du noch eine höhere Chance. Und machst doch viel mehr Damage. Ähm... Oder ich baue einen MKB. Und ich glaube, dass ich einen MKB baue. Als erstes. Und dazu werde ich, ähm... Das ist gerade zum Butcher fliegen. Nein, geht. Selber ohne. Ja, mein Ulti ist halt noch nicht ready. Okay, jetzt hier. Es gibt hier zwei Secret Jobs auf unserer Seite und da. Da gibt's so Special Items. Und davon brauche ich nämlich jetzt das Demon Edge. Das gibt bis 46 Damage. Und das kann man jetzt theoretisch verbinden. Mit dem Crystalis zu Jaderlos. Wir haben unspulsed. So, pass auf. Wenn ich jetzt da ein gutes Uli reinhämmer... Ja! Ja! Ganz ehrlich, ey. Was machen die denn da? Der Bounce ist auf jeden Fall irgendwie hinter mir her gerade. Habe ich im Gefühl. Dann gehe ich mal hier zum Tower. Tower können auch in die... Der Gäste von Kurier getötet. Du weißt, wie viel Stoff er hatte? Ja! Mann, ey. Jetzt haben die wieder und der hier stirbt einfach nur weg. Das ist so dumm, ey. Das ist so dumm. Wenigstens hat er einen Sniper noch gekillt, ey. Und der Kurier, also ein Kurier ist halt... In zweierlei Hinsicht scheiße, wenn er getötet wird. Einmal gibt denen das, glaub 200 oder 175 Gold. Und ähm... Ja. Wir können jetzt zwei Minuten... Drei Minuten dann letztendlich können wir kein... Alter, wo bleib ich denn? Komm schon, Mann! Der geht noch. Drauf? Nein, leider nicht. Scheiße. Ich hätte erst den Bounty angreifen sollen. Und nicht den Nekro. Aber der Nekro hat halt viel weniger Leben. So. Die sollte ein bisschen aufpassen. Das hat er Ulti gemacht. Sniper. Schöner Headshot. Ach shit, ey. Das war aber auch nicht brillant von mir. Muss ich sagen. Das war... Die sind dann aber auch so gesplittet. Hier waren zwei, hier war die Mira und hier war noch einer. Das heißt, ich konnte die nicht alle in mein Ulti kriegen. Und dann habe ich leider den Fallstang gegriffen. Ich hätte... Ich hätte den, ähm... Bounty angreifen sollen. Was sagt der Po? Ich bin auch der letzte Krieg für den Bauch angreifen, oder? Ja. Oh jeez! Middle Towers under attack! Kann da mal jemand hinein? So. Hast du gesehen? Der hat gerade den Turm hinein von uns. Das heißt, ab, äh... Ich glaube, ab unter 10% leben kann man die hinein. Dann kriegen die Gegner weniger Geld, wenn sie den Turm holen. Jetzt erbaue ich das Spiel, wenn ich den Brauche und kaufe dann fort und fort und mal nach unten und kam da was weg. Übrigens, mein Ulti ist ja mittlerweile auch schon Level 3. Das geht jetzt 5 Sekunden lang. Und ich kann das theoretisch noch mit Arganim verbessern. Dann geht's noch länger. Aber das ist immer als Carry Arganim zu bauen... Zwiespältig. Arganim bringt halt nicht so viel im Sinne von mehr Damage, schneller schlagen und so. Sondern halt wirklich nur, dass mein Ulti dann länger hält. Und ich bin dann einer, der geht lieber dann komplett auf Damage. Warum stirbt sie jetzt? Ja, also da kann man... Manche bauen Arganim, andere wiederum nicht. Also das ist so... Muss man pushen, ja. Oben pusht jetzt der Slug. Da würde ich ja sogar hinporten. Wenn ich den porten könnte. Der Port hat leider einen Cooldown. Ich bin ja gerade runtergeportet. Da ist wahrscheinlich... Ja, noch 13 Sekunden Cooldown. Mann, Mann, Mann. Der war ready jetzt. Oh, ganz knapp noch in mein Ulti gekriegt, ey. Richt gut. Oh, war das knapp. Ha, ha, Slug geholt, ey, oder was? Weiß ich nicht, ob er mich meint. So, ich habe gleich schon MKB ready, das ist nice. Mkb bewirkt, unter anderem ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Aber es ist halt... Es macht richtig viel Damage. Ähm, es bewirkt aber, dass man zum Beispiel... Ich habe ja, dass ich Blockchance habe. Da geht das durch. Also, ich würde dann quasi blocken als Void. Es gedamaged, aber es geht durch. Also, ich würde das trotzdem nicht mehr mitkriegen, wenn jetzt jemand an den MKB wollt. So, jetzt habe ich es auch ready. Und die haben gerade den Bounty gekillt, das ist doch nice. Ja, die Coop habe ich es gelernt. Sie schrien... Okay. Okay. Oh, Onage! Die Weibliche Michael Jackson. Ja. Wir haben noch einen gekillt, das heißt, wir machen jetzt... Wir machen jetzt mal hier einen kleinen Push. Die Tower kaputt. Ja. Mom angeschmissen, damit ich schneller schlage. Jetzt kommt mein MKB. Jetzt ist das. So. MKB ist ab. Jetzt hieß ich schon. Ich mache es schon ordentliche Damage. Zack, Slug nochmal weggefickt. Das, Alter. Ich brauche Mana. Der Dings ist tot. Der Aidshalo, mein Support, der kann nämlich Mana geben. Er hat GG geschrieben. Oh, I can't believe it. What a wonderful thing. Sengu? Sengu? Wer meinst du? Ach, der ist Sengu, ja. Slego. 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 Der... 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 So, ich schaue jetzt ab. Oder? Er hat ja kein Mana von meinen U-Tiers mehr. Holen wir noch die Rack, aber dann haut rein. Ihr seid schon wieder im Bench, das sieht so schlecht aus. Hey. Das sah jetzt wieder gut aus. Wir haben die alle gekillt. Damit konnten wir jetzt pushen. Wir haben oben eine Rack gekickt. Ach so, weil die immer 40 Sekunden brauchen müssen, wie die auf dem Spielfeld sind. Ja, und wir haben unten eine Rack gekickt. Das heißt, unsere Creeps, die normalen hier, die sind jetzt stärker auf beiden Lanes. Das heißt, die pushen jetzt krasser. Weißt du? Weißt du? Ja, okay. Also Racks sind diese beiden hier. Gibt's auf jeder Lane. Was ne Racks weiß jetzt in der Kaserne? Ja. Und wenn man die hier baut, dann kaputthaut, dann ist das ziemlich geil zum pushen. Also ne, dann wird's immer schwieriger für die. Ja. Wenn ein Tower von denen ist, dann ändert sich eigentlich nichts. Aber sobald die Racks down gehen, ist das ein Vorteil für uns so großartig. So, ich hab jetzt gleich auch den Daedalus ready. Hier hab ich jetzt Illusions. Das haben sie aber wahrscheinlich gemerkt. Mit Illusions kann man halt immer mal wieder Leute abnerven. Weil sie dann denken, das wäre der echte. Machen dann zum Beispiel Ulti auf den oder so. Oh, den sehen sie in die Dich in echt. Das ist quasi nicht in blau. Ich warte jetzt mal gerade hier fünf Sekunden. Dann kommt hier nämlich der Creepspot wieder. Den mache ich dann noch. Und dann habe ich Daedalus ready. Und dann... Knallts! Road to Oblivion. Hoffentlich. Lass mir den, lass mir den, lass mir den, lass mir den, lass mir den doch. A path for scene. Da ist ja ein bisschen. 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 That's right. So, Daedalus ab. Jetzt Appell an die Community von Brillibi. Ja. Ja, das Ding ist, du brauchst dann auch wirklich Leute, die auf einem Niveau spielen. Sondern es bringt... Da habe ich keinen Bock drauf, wenn dann einer gar nichts kann. Oder einer, der viel, viel besser ist. Ich hätte ja auch keinen Bock mit mir zu spielen, weißt du? Ja. Wubbelubba dub dub dub! Yes. Wubbelubba dub dub! Yes. Yes. I'm here. Killing free woaaaah. Ah, komm! Was hast du gesehen? Oh, jetzt ist hier ein Invi-Typ. Scheiße. Das war, äh, gerade krass. Krass. Krass, krass, krass. Ich muss mal hier den Land weg fahren. Ficht der Future. Ja, oder ich jump halt ein bisschen rum. Und wenn ich im Mob aktiviere, renne ich auch schneller. So, was brauche ich als nächstes? Als nächstes werde ich wahrscheinlich über einen Butterfly bauen oder meinen Meldstrom upgraden. Das kann man nämlich nochmal zu einem Mjolnir upgraden. Mjolnir. Ja. Werde ich auch tun. Schwedisches Spiel oder was? Ist es? Keine Ahnung. Das klingt so die ganze Zeit. Dota ist tatsächlich schwedisch. Ja, da gab es noch diesen schwedischen Techno-Typen, der das dann auch nie drüber gemacht hat. Auch, ja. Und ich glaube, Icefrog, der Dota damals erhoben hat, ist, glaube ich, Schwede, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Sagst du ja oder was? Was du sicher weißt oder was? Ne, passt ja auch. Das ist ein Foto. 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 Jetzt weiß keiner mehr, was er sagen soll. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Slug hole oder nicht. Habe mich aber dann dagegen entschieden. Je nachdem, was nämlich hier rumfroicht und fleucht. Geiles Ulti oder was? Alter, lass mich doch mal durch. Ja, die sind gerade geschützt. Warum? Der Rack ist kaputt. Ein bisschen Schiss, ey. Ach shit, war klar, dass er nicht da kriegt. Da muss ich mal großartig machen. Ich dachte, vielleicht kriege ich einen Bash und dann kriege ich ihn. Aber leider keinen Bash. Aber es sieht gut aus. Wir haben die beiden anderen Racks geholt. Das heißt, hier sind jetzt sowohl die Ranged Creeps als auch die Melee Creeps sind stärker. Das sieht man jetzt mal hier. 60 macht Melee Creep und ein Range 58. Und von denen macht ein Melee nur 26 Damage und 33 der Ranged. Also das ist ein großer Unterschied. Wie sieht es aus mit den Stats? Ja, sieht ganz gut aus. Rob und ich haben abgeliefert. Etzalore hat jetzt auch gut supportet. Batscha war so lala. Hat manchmal einen ganz nice geholt und war dabei auch mal geprägt. Klings war wirklich schlecht. Dafür, dass man Klings ist, spielt der wirklich schlecht. Muss man so sagen. Jas, du spielst richtig schlecht. So. Du siehst jetzt auch, das Game geht eigentlich relativ lange. Ist jetzt gleich zu Ende. Aber deswegen spule ich halt eigentlich. Weil es gibt natürlich immer welche Situationen, was langweiliger ist. Aber ich werde das jetzt mal in voller Länge hochladen. Ne? Und danach ist das Dota-Format beendet? Nein. Danach hoffe ich, dass ich wieder spulen darf. Ah, was heißt er darf? Ich wollte dem Öhrchen jetzt mal auch mir gefallen tun. Vielleicht gefällt dir das ja so besser. Oder hast jetzt was mehr mitbekommen. Aber ich denke, dass ich jetzt nicht noch wieder spule. Alleine deswegen, weil die Datei hier wird jetzt wahrscheinlich so 4 GB groß sein. Und ja, da ändert man sich tot. Man lädt sich hoch tot. Man lädt sich tot hoch? Was? Man lädt sich tot hoch. Das ist halt, ne? Das nervt. So, warte mal. Jetzt ist 9 hier ready. Da brauche ich ein Rezept. Und... Und einmal den Hyperstone. Der Hyperstone gibt plus 55 Angriffstempo. Also ich bin jetzt eine richtige Schlafmaschine. Sehr schön. Mit deinem Crusher-Hammer da. Geil. Und ich kann jetzt so ein Schild auf mich casten. Das bleibt jetzt so was. Nee. Ist ja hier. Aber wollte ich jetzt mal gerade demonstrieren. Und ich glaube, dass ich gleich Roche machen werde. Sobald ich ein bisschen mehr Vision habe und weiß, wo die sind. Roche ist ein großer Creep. Ein Neutraler. Der ist da. Und der droppt ein Aegis of the Immortal. Das heißt, wenn du dann stirbst, stehst du an der Stelle wieder auf. Ah, okay. Aber das kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, wo die Gegner sind und... ein Weg zum Meer. Der soll aufpassen. Da oben ist er. Ich versuche ihn jetzt mal. Was ist das denn wirklich? Das ist der Roche. Das ist der Roche. Ah, das ist der Roche. Okay. Richtig schlechtes Uldi oder was? Ja, vor allem auch richtig schlechter Hook. Von dem Typen. Jetzt siehst du hier, ich bin getrackt. Die sehen jetzt, wo ich bin. Die ganze Zeit. so weiter. Wo bleibe ich denn? Bats. Bats. Double Kill Brilini oder was? Ja. So, jetzt holen wir uns die Racks. Das ist hier eine gute Nacht. Wenn nämlich alle Racks dauernd sind, stehen wir mega-cleaks. Die sind dann noch mal stärker. So, jetzt haben wir Mega Creeps und die sind dann schon nochmal eine enge Schlimme. Gegen die zu deffen, das können wir jetzt eigentlich theoretisch, könnte man jetzt sagen, man wartet so, bis sie die einrennen und hilft nicht mehr mit seinen Heroes, aber... Ich warte jetzt mal hier, bis mein Uli wieder ready ist. Da gehe ich schon vor. So, du jumpst richtig, ja? Oh fuck, der hat es los. Sterbe ich hier, oder was? Na, kein Thema, kaufe ich mich einfach zurück. Hab ja das Geld! Du bist jetzt! You near, oder was? Ich gehe jetzt mal aufschmacken. Arklub. Der berühmte Arklub, war das, oder was? Ja. Und du in Stark, du hast es ja so oft vergisst. Oh man, this guy's dominating! Wubbelubadubdubdubdub! So, dann mal los, jetzt hier. Ein Roshan-Pohol. Das erinnert jetzt an die Arme, oder? Ein bisschen, ja. Die Arme war cool. Was ist das? Oh boy, Roshan just got taken out by the enemy middle tower! Ah. Ah. Warte. Ja, wo drei fang ich, geht's nicht. Oh, so weiß ich nicht. Ich teste jetzt mal was. Fuck! Was machst du denn da? Ich dachte, der, ähm, ich hab einfach mal spekuliert, ob der BH da ist, weil der gerade hier war und ich dachte, vielleicht geht er jetzt da hoch. Aber einfach nur Spekulations-Ulti. Muss ja auch mal sein. Ah, wir haben jetzt gewonnen. Die Mega-Creeps haben den Thron eingerissen. Okay. GG, liebe Leute! Ja, das war doch spaßig. Ja, das hat... Mega hab ich Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, liebe Leute, ja. Also, ich werd das, äh, ungespult auch hochladen und, ähm, hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei, äh, Dota 2, äh, Projekt 3000 und dann werde ich wieder alleine sein. Und es wird wieder gespult werden. Da freuen wir uns, oder? Ja, ich wohne nämlich nicht hier. Ja, das ist korrekt. Oh, ich krieg auch noch was hier, oder was? Ich kriege einen, äh, ein Schulterschutz für den, für den, äh, PA. Für den PA. Für den, äh, PR. Ja. Public Relations. Gut, liebe Leute, ich sage Tschüss und macht's gut! Tschüss!